Musik 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 Wir sind auf dem Weg, wohin fahren wir? Lincoln Road? Ja. Lincoln Road ist ein bisschen weiter, da unten South Beach, da kann man super einkaufen, super essen, alles machen, was man möchte. Das ist so eine Fußgängerzone, da werden wir jetzt wahrscheinlich frühstücken, wir haben jetzt Viertel vor 10, bin schon seit 4 Uhr wach, aber heute geht es mir wirklich gut. Wir werden da frühstücken, dann werden wir meine Medikamente abholen, dann werden wir wieder Wasser kaufen, einen Hut für Kylie, weil wir haben den irgendwie verloren. Der Mirko wird, was willst du machen? Keine Ahnung, chill. Wolltest du den nicht Huren kaufen? Ach ja, und ich wollte für meine Verlösung mal gucken, was es da so schönes bei euch gibt. Heute ist es sehr warm und wir sehen uns gleich. Das ist übrigens die tolle Brille, die du übrigens auch hast. Ich musste mir die auch kaufen. Video. So, wir sind jetzt hier am Lincoln Road. Lincoln Road Mall. Voll schön hier. Ich würde hier gerne für immer bleiben. Ich würde hier gerne wohnen. Wir sind hier in einem geilen Breakfastladen, Maja's Grill heißt das. Hier am Lincoln Road und wir frühstücken jetzt lecker, deftig und dann geht es weiter. Unser Essen ist jetzt gekommen, zum Frühstück. 2000 Kalorien. Boah, was hast du denn hier? Ich will nicht. Bruschetta haben die gesagt. Die haben original gesagt, dass diese Dose Bruschetta ist. Haben die original zu einem Italiener gesagt. Hattest du dir vorstellt. Und? Können ja nicht viel falsch machen. Salz, Hummus und Ketchup brauche ich. So, also wir sind jetzt hier durchgelaufen. Wir haben jetzt gerade keine Zeit für Victoria's Secret, aber ich habe es schon gesehen. Wir haben jetzt ganz viel Wasser bekommen, weil es ist hier sauheiß. Und jetzt suchen wir ein Babygeschäft, weil die Kylie braucht einen Hut. Ich habe nämlich eigentlich mal unseren Hut verloren. Ja. Mirko will eh nichts sagen. Mirko will eh nichts sagen. Mirko will eh nichts sagen. Ja. Hier ist übrigens eine Apotheke. Übrigens müssen wir auch feuchtiger kaufen für die Kylie. Weil ich habe alle für meine Nase verwendet. Ich raben Mutter. Nein. Ich mache mich. Ich mache mich. Hier bin ich schon nicht. Ich mache das mal. Ich mache co famoso. Ich habe die Kasse. Ja. Danach. Wir sind jetzt das erste Mal am Strand und es ist einfach mega heiß hier. Vielleicht machen wir uns fertig und dann fahren wir zu Nusred. Das war es auch schon. Wir müssen jetzt mal aufpassen, dass der kleine nicht so warm wird. Aber es ist geil hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.